Herzlich willkommen zu Spaß mit Tiefbohrtechnik. Wir benutzen ja eine Bohrspülung, um das Bohrklein aus der Bohrung auszutragen. Diese Bohrspülung nimmt unten auf der Bohrlochsohle das Bohrklein auf und trägt es im Ringraum zwischen dem Bohrgestänge und der Bohrlochwand bis an die Oberfläche und da muss das Bohrklein wieder von der Spülung abgetrennt werden, damit die saubere Spülung im nächsten Durchgang wieder runter ins Bohrloch geschickt werden kann. Ja, und heute wollen wir darüber sprechen, wie das Bohrklein aus der Spülung wieder entfernt wird. Die groben Partikel kann man ganz einfach mit Sieben aus der Spülung entfernen. Jeder kennt Siebe, da braucht man nicht lange drüber zu reden. Aber es gibt auch viele ganz, ganz feine Partikel, die einfach durch die Siebmaschen durchfallen und in der Spülung verbleiben. Und wir wollen heute darüber sprechen, wie man die besonders feinen Partikel aus der Spülung rauskriegen kann. Ein Sieb funktioniert nicht, denn das feine Bohrklein fällt einfach durch die Maschen hindurch. Aber es gibt einen physikalischen Effekt, den wir wunderbar nutzen können, um die Partikel doch aus der Spülung rauszukriegen. Und das ist nämlich die Fliehkraft. Wir wissen alle, wenn man mit einem Auto zu schnell durch eine enge Kurve fährt, dann können wir uns nicht auf der Straße halten. Und genau diesen Effekt benutzen wir auch in einem sogenannten Zyklon, den ich gleich erkläre. Da führen wir die Spülung in ganz engen Kurven mit sehr hoher Geschwindigkeit durch. Und das bewirkt, dass das Bohrklein rausgeschleudert wird und nicht mit der Spülung mitkommen kann. Ich habe hier mal so einen ganz kleinen Zyklon gebastelt, an dem wir erklären können, wie das geht. Wir haben hier einen Zulauf, der führt die Spülung so seitlich in diesen Zyklon rein. Und durch diese seitliche Zuführung entsteht ein erster Wirbel im Zyklon. Und ja, jetzt wird hier unten in diesem Konus es immer enger für die Spülung. Und die Spülung denkt sich, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn nur? Aber dann sieht die Spülung, dass hier oben noch ein Auslass ist. Und es bildet sich dann ein zweiter Sekundärwirbel, der sich noch viel, viel schneller dreht als der erste Wirbel. Und dann kann die Spülung hier oben verschwinden. Das Bohrklein wird in diesem Wirbel nach außen geschleudert und rutscht an dieser Wand runter. Und wenn man genau hinguckt, sieht man, dass hier unten in dem Konus auch noch eine Öffnung ist. Und da kommt dann das Bohrklein raus. Wir sehen hier in diesem Bild, wie das in Wirklichkeit aussieht. Und man erkennt auf den Bildern auch den Zulauf, den sogenannten Oberlauf und den Unterlauf. Und man sieht in dem einen Bild auch sehr deutlich den äußeren Primärwirbel und den inneren Sekundärwirbel. Wir haben das mal als Modell nachgebaut mit einer alten Trinkflasche. Und man sieht hier, wenn man ganz genau hinguckt, dass die blauen Plastikteilchen alle in den Oberlauf gelangen und rauskommen und dass die schwereren roten Plastikteilchen unten in den Unterlauf gelangen und dort ausgetragen werden. Bei uns im Institut haben wir natürlich einen richtigen Zyklon, den wir hier sehen. Und in dem Film hier können wir sehen, was passiert, wenn wir die Wasserzufuhr einschalten. Dann sieht man sehr deutlich, wie das Wasser anfängt zu wirbeln. Und zwar so schnell, dass sich sogar im Inneren des Zyklons ein kleiner Luftwirbel bildet. Also ein klares Indiz für die hohen Zentrifugalkräfte. Das Wasser kann sich selbst gar nicht im Inneren des Wirbels halten. Wir können das Ganze nicht mit Plastikteilchen beschicken, sondern wir müssen ein feines Gesteinsmehl reinrühren. Wir nehmen Kalksteinpulver, das wir dann für unsere Experimente am Institut in die Suspension einmischen. Und hier in diesem Film sehen wir jetzt deutlich, was passiert, wenn wir mit Kalksteinsuspension arbeiten. Dann sieht man den Wirbel nicht mehr, weil die Flüssigkeit undurchsichtig geworden ist. Aber wenn wir jetzt genau gucken, was aus dem Oberlauf und dem Unterlauf rauskommt, dann sehen wir, dass im Unterlauf eine ziemlich zähe Pampe rauskommt, sehr feststoffhaltig und im Überlauf kommt eine fast klare flüssige Suspension, also praktisch Wasser raus. Wenn wir Proben nehmen, sehen wir ganz deutlich, dass der Unterlauf wesentlich mehr Feststoff enthält als der Oberlauf. Ja, und wie so eine Spülungsaufbereitungsanlage im Detail funktioniert, das erklären wir euch in unserer Vorlesung Grundlagen der Bohrtechnik. Und wir würden uns freuen, wenn ihr hier nach Freiberg kommt und im Hörsaal sitzt. Wir freuen uns auf euch. Glück auf!